Langsam, ja, langsam, stopp. Mabacher TV. Ich steige gerade bei den Wiener Linien in, wow, eine sehr wackelige Angelegenheit, in einen großen Reiseposan, diese Möglichkeit sollte es öfter geben, und wow, es ist sehr spooky, weil man vorne gar nichts sieht. Jetzt zurück, gerade zurück, gerade zurück, noch gerade, und jetzt nach rechts einschlagen bitte. Nein, zurück, jetzt nach vorne, so. Puh, ich stehe. Jetzt würden Sie mit Sicherheitsgurken, mit 4 Stück, an der Roller befestigt. Sie selber bekommen auch noch einen Bauchgurt, damit Sie mit dem Fahrzeug verbunden sind. Es hilft alles nichts, wenn der Roller fix ist, und Sie sind nicht fix. Ich sage Ihnen, wie weit vor. Ja. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Stopp. Für mich ist es die zweite Fahrt, mit einem derartigen Bus. Super, danke sehr. Bitte sehr, gerne. Das war's, es gibt sie in Wien, ich habe gerade gehört, es gibt insgesamt drei, also der Fahrer glaubt, es gibt drei Busse dieser Art in Wien, es könnte ruhig mehr geben, das ist der einzige von den Wiener Linien, und ich hoffe, es wird bald mehr geben.